Und welches team? Ich wurde blau. Ich bin auch blau. Ich kann nicht blau. Warte, dann ziehen wir Dalu rüber. Geht es hier direkt los? Nee. Kurze Vorbereitungszeit und dann öffnen sich auch erst die ganzen Tore. Guck mal, drei Leute bei uns im Team, die ca. dasselbe Bild haben. René Zengerer gucken uns auf Universal Craft. Und Brokkoli auch noch. Brokkoli sehe ich gerade gar nicht. Recht andere Team, rote Team. Zu Dust Bowl. Deine Map. Da wird gepusht. Jetzt begegnen sich die Karren, jetzt ist Krieg. Jetzt ist Sims. Jetzt ist Sims. Vorsicht hier oben, will uns jemand ärgern. Ah, hier rennt doch wieder Flash rum. Dalu neben dir! Oh Gott! Ich hab dich gerettet, der wollte dich taunt kill. Ich bin, glaub ich, tot. Nein, 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 du warst gestunt, weil der wollte einen taunt kill an dir machen. Was heißt, wie lange wird das noch gehen dann? Äh, so zwei, drei Sekunden, dann hätte er dich halt mit einem taunt gekillt. Das wäre halt echt ein bisschen ärgerlich gewesen. Wie macht man sowas? Mit G kannst du ja so einen taunt machen und es gibt manche, damit kannst du Leute töten halt. Zum Beispiel mit dem vom Pfeil und Bogen. Dann nimmt er so einen Pfeil in die Hand und will dich halt erstechen. Das hat er letztes auch bei mir versucht. So, jetzt kommen wir mal wieder pushen hier. Der Kahn muss fahren. Oh, nicht diese Noob-Waffe. Aha, Noob-Toss, war ja klar. Wenn einer die Noob-Waffe nimmt, dann Noob-Toss. Der Name ist Programm. Ja. Oh, leu, leu. Nicht mit Pfeil und Bogen an jemanden ranlaufe und dann jede getötet oder was? Ja genau, dann machst du halt diesen, äh, dann nimmt er so einen Pfeil aus dem Ding und will den so abstechen damit. Beim Pyro gibt's sowas auch. Ich weiß grad gar nicht mehr bei welcher Waffe. Ich glaube bei der Shotgun. Kann er sich bewegen, wenn ich das mache? Nee. Hast ja gesehen, du warst ja gestunnt dann. Dann musst du hoffen, dass... Also muss ich nur Mini-Rennen und Geh drücken? Ja genau. Musst halt hoffen, dass irgendjemand das sieht. Ah, er kann sich aber bewegen dabei. Alles klar. Das heißt, er ist ja nicht gestunnt. Ich glaub, du bist gestunnt dabei. Ich hab das gesagt und er gemacht und er ist weggerannt. Ich wollte einfach auf einen Zugrennen eiskalt. Komm schon, das ganze Team, alle Sniper vom Gegnerteam grad gemessert. So wär's gemacht, ey. Oh, ne Mini-Sentry. Drei HP. Guck mal hier ein bisschen Lebensenergie brauchen. Ah, du konntest dich doch auch nicht bewegen grad, oder? Nee, ich konnt mich nicht bewegen. Okay. Komisch, dass der dann jetzt abhauen konnte. Wir liegen ganz knapp vorne, Leute. So, Mist. Ich komm irgendwie grad nicht voran. Bist du Pyro? Jo. Au. Ach, der kann doch nix. Nein, shit. Jetzt bin ich tot. Ich darfst niemals sagen, dass die nix können. Dann bist du sofort tot, immer. Die Schweine. Oh, shit. Immerhin gut abgelenkt. Jetzt haben die aber ihren Karren gepusht grad. Das ist nicht so gut. Nicht cool. Das ist der Partysound. B oder so? Ich räume auf. Kann es sein, dass das auch ein Townkill ist? Weil ich mach so Feuer. Ähm. Ne, eigentlich nicht. Ich mach eher so einen Regenbogen in die Luft und dann mach ich so eine Feuerdruckwelle. Ach, halt. Als Pyro meinst du, ne? Ja, das ist auch ein Townkill, ja. Ich glaub schon. Bei dir sieht's dann ja im Pyroland so aus, als ob du den Regenbogen malst. Medic? Rennt der Medic einfach mit vorbei. Nicht nöt. Sie pushen! Das Gleichstand grad beim Pushen. Wo sind unser Karren? Da wo er hingehört, Richtung Ziel. Ich pushe, 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 pushe. Oh, Mini-Crids, das ist op. Go, go, helf mir mal hier. Ja, ich spreng hier grad die Leute in die Luft. Ja, ich hab einige angezogen. Mini-Gun! Ja, das ist Noob-Toss mit seiner Noob-Mini-Gun. Gewöhn dich dran. War's an der so noobig? Die ist halt, ähm, da kommt dann noch so ein Flammenring um die, um die Mini-Gun rum. Dann kannst du zum Beispiel mit dem Spy nicht rankommen. Oder auch mit anderen Klassen fängst du halt sofort auch noch an zu brennen. Ja, aber was ist der Nachteil der Waffe? Gar nichts. Quatsch. So ne OP-Waffe. Ah, hier kommen keine Nachteil. Oh, toll. Boah, der hat gut gesessen. Irgendwo ein Heal. Nice try mal wieder. Boah, der war den letzten Schritt, den schockt man auch hier. Funky auch noch fast mit dem Messer gekillt, das wär echt... Verdammt! Bitter gewesen. Da ist wieder ein Loob-Toss. Vorsicht! Ah, das ist doch hier wieder der gute P.B.C.H. mit seiner Regenwolke überm Kopf. Ah, wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Keine Ahnung, weg ist er. Ah, die Mini-Sentry! Oh! 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 Ich geh jetzt mal schieben, ne? Kommt jemand mit? Hey! Oh, ich versuch's. Aber ich komm nicht ran, ich komm nicht ran! Wo gehst du lang, Schieger? Immer? Links oder rechts? Links. Links, okay. Aber da steht eine Mini-Sentry auf dem Gleis. Ah, okay, warte. Ich hab ja Granaten. Ich seh sie nicht. Schädlich werden sterben. Boah, scheiße! Sind so viele Leute grad. Musst du erst mal abhauen, leider. Lebst du noch? Nope. Da war wieder so ein Down-to-Zero. Kleine Schlinge, der. Ah, der macht gerne mal Action. Ich hasse die Mini-Sentry. Ach, da Morvind. Da will er das Duell gegen mich. Shit tut. Oh, Mann, ey. Die ist übel. Ja, die Mini-Sentry ist echt... Ich hätt leider auch eine auf dem Stein drauf. Auf dem Fels. Okay. Ich seh sie leider nichtmals. Oh, sie schieben unsere Karre. Unsere? Das gibt gleich wieder so ein... ...Duell hier, glaub ich. Also die gehen ja noch nicht. Sudden Death geht nicht, ne? Ne, ne. Weiß auch nicht genau, wie man das einstellen kann. Das halt, wenn Sudden Death ist, kein Instant-Respawner kommt. Alter! Das gibt's doch nicht. Der Pyro dominiert mich. Das geht doch nicht. Oha, die Karre von denen. Leute! Ehh! I mean... Der lebt noch. Der Dringer. Wo ist er hin? 3... 2... 1... Oh nooos! Das geht auch nicht. Da macht er den Taunt. Wieso fährt der weiter? Das war weiter! Die fahren alle weiter. Wir gewinnen aber. Nein! Hä? In Overtime fahren beide Autos... Also beide... Aber war unser nicht weiter? Ne, anscheinend nicht. Ich dachte auch, unser wäre weiter gewesen. Kacke! Oh man, oh man, oh man! Allabend, verdammt! Oh, Leute! Ich glaub, vorerst sind wir durch. Ah, 1.20 haben wir erst. Wollen wir die Map nicht einfach zu Ende machen? Wollen wir hier noch einmal die Map auf der anderen Seite jetzt. Wo bist du, Shigo? Das war ein Ghost Card. Direkt am Karren. Ja, ich steh auch am Karren grad. Aber die haben ja nen Head Start. Warte mal. Die haben ja nen Head Start. Und... Ein Horn! Oh, ich dominiere safe. Oh, guck mal hier oben! Ich bin einfach reingerannt als Ball. Boah, die haben nen dicken Vorsprung leider. Ersten Kill direkt Seifo dominiert. Einfach zu krass bin ich, ey. Leute, die pushen ihren Karren ziemlich gut. Ach, weil Noobt hast da wieder Noobt. Irgendwann wird diese Waffe hier gesperrt auf dem Server. Kann gar nicht so gut sein. Du warst doch immer der festen Überzeugung, dass es OP-Waffen gibt bei Team Fortress. Ja, damals. Jetzt stimme ich dir zu. Nein, die Waffen wurden doch alle so kacke... Die rushen voll durch! Tut doch was! Ja, ich hab was getan. Jetzt sind die eh bei uns auf der Seite. Jetzt können die ja gar nicht mehr rushen. Jetzt bin ich wieder ein bisschen schneller. Das ist schön. Wieder auf der Nahkampf-Kate. Boah. Ich hab Schmur gefunden für den Soldier. Was war das denn, ey, Darkie? Die Mannes-Traiter hat er gefunden. Ah, ich muss was anderes spielen. Oh, diese Bobo-Sentry da, ne? Die Mini-Sentry, oder was? Ja. Da sagen manche auch, die ist OP, aber ich finde, da brauchst du nur ein Demo oder ein Soldier. Nein, aber die lähmt voll rum. Im 101, ich stelle die einfach hin. Und dann lähmt die mich weg. Oh, da bin ich weggefetzt. Können ja auch mal einen Mini-Sentry spielen. Mal schauen, was die dann machen. Ich glaube, ich geh mal wieder auf Demo. Toll, meine Sentry ist wieder sofort down. Gibt's da nicht. Der kriegt keinen Damage. Wer? Hat der viel Sch... Ungefähr 30 Sekunden mit dem Flammenwerfer im Rücken hinterher geradet. Ich dachte, der steht wirklich gar nicht. Jetzt wurde ich ja wieder vom PPCH gekillt. Ah, sorry Leute. Ich habe noch ein bisschen Stimme weg. Ah, da sind ja die ganzen Ferncampen. Haben die einen Sniper irgendwo? Ja, ganz hinten aber bei deren Base. Mit der Pistole werden die hier alle weggekillt. Oben links haben die auch einen Sniper, sehe ich gerade. Wie kommt man da hin? Durch den Tunnel. Oh, da wurde meine Sentry gekillt. So geht's ja nun nicht. Ein Rache-Kill nur? Echt? So eine schlechte Sentry hatte ich? Komm schon, ich muss mich rächen. Ha! An PPCH, der Arme. Tot. Shigo, du bist mein Schützling, hat er gesagt. Yay! Ist mit meiner Sentry-Lows eigentlich, ist die tot. Ja, das Feuer war damals auch Stärke. Aber das meine ich jetzt ernst. Ja, das kann gut sein. Ich glaube, der Nachbrandschaden wurde ein bisschen angepasst, könnte man sagen. Wuuuh, da kommt wieder der Pyro rein. Haben die am Anfang so einen dicken Push hingelegt und dann... Ach, da oben sind die ganzen Sniper. Deswegen werde ich ja dauernd abgeknallt. Ich schiebe! Ich sterbe! Ich sterbe! Ich schiebe! Ich sterbe! Ich sterbe! Ich schiebe, ich sterbe! Ah, PPCH! Shigo, wo bist du, wird gefragt. Ich bin überall! Morvin hat auch geschrieben, sie ist überall. Sehr gut! Oh nein, ist ein Raid mit hier. Weiß ich gerade gar nicht genau, was kommt jetzt schon. Das sehe ich nicht in der Statistik. Er ist auch gerade erst gejoint. Oh, das war doch mein Kill. Da wird einer durchbrennen. Oh, Dark Morvin mit dem Schildschlag. Warte mal, jetzt spiele ich mal den Nahkampfexperten. Wagen rollt zurück. Niemals. Und da war ja die fucking Sentry. Ha, ha, ha. Sultan Granz is on tour jetzt, Leute. Ich hab ihn wenigstens noch angebrannt. Ich übernehme. Ah, ich bin down. Weil ich der Sultan bin. Funky is best friend with Dahlucan. Ah, weil du im Dingens bist. Dahlucan broke up with Funky. Was denn? Das steht da, wenn du im Pyroland bist. Halt anstelle von dominieren und rächen. Na, ich glaub, das Schild ist nicht ganz so geil. Ich glaub, hier behalte ich die stattliche Schutzwand. Zwei Minuten haben die nur noch. Der Wagen ist aber drauf. Sieht nicht gut aus. Ja, wenn du die Zeit abläuft, rollt der drauf. Daud am Wagen. Jetzt kommt der Melee Demo, wurde gesagt. Der Melee Demo? Nee, nee, nee. Der gefällt mir nicht so gut mehr. Besteuert. Daud am Kahn, ne? Nja. Nja. Shit. Bester Pyro, bester Pyro. Stimmt, du bist so der Zweitbester im Team gewesen. Easy, easy. So, Leute. Ist aber vorbei, ne? Ja. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Mitspielen und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss. Haut rein. Tschau, tschau. Tschüssi.